Der Name Christus ist sehr behaftet von alten Dogmen und alten Glauben, Strukturen und Denkschablonen. Und haben Sie manchmal auch das Bedürfnis, dem Christuswesen neu und ganzheitlicher zu begegnen? Wenn dies mit Ihnen in Resonanz ist, dann ist der Kurzworkshop, das Christusmysterium aus geistiger Sicht, genau das Richtige für Sie. Sie werden in dieser Zeit erleben, wie Sie spielerisch und einfach über das Herz diese Verbindung zu dem Christuswesen und den Elohim wiederherstellen können. Das Christuskind sitzt in unserem Herzen auf einem kristallenen Thron und es möchte von Ihnen erweckt werden. Und Sie werden erfahren, wie dieses Christuskind in Ihrem Herzen eine Laterne in der Hand hält und mit diesem Licht Ihr Leben und das Leben anderer Menschen zum Strahlen bringt. Wir werden auch über die Christussymbole und die Weihnachtsrituale sprechen und die tiefere Bedeutung davon. Und ich freue mich, mit Ihnen mich einzustimmen auf die wunderschöne Weihnachtszeit.